heute möchte ich euch ein tool vorstellen dass mich in drei verschiedenen konstellationen meines lebens unglaublich bereichert hat einmal in meinem team als mitgründer gemeinsam mit kai dann später in meinem kawai team und dann aber auch in meiner partnerschaft und dieses tool ist ein wie ich finde unglaublich mächtiges werkzeug aus der persönlichkeitspsychologie das unter anderem auch auf volkstrainer von von liverpool jürgen klopp nutzt und darüber geht es heute nach dem intro und kleinen hinweis am ende habe ich noch ein kleines schmankerl also rate ich an der stelle jedem bis zum ende dabei zu bleiben hallo und herzlich willkommen zu familienmensch dem podcast der dich dabei unterstützt mehr energie und balance im berufs- und familienalltag zu zu haben und zu finden und genau darüber geht es geht es auch heute und denn persönliche motive und bedürfnisse begleiten dich und mich und uns alle im alltag und das ziel ist sollte ja auch sein sich immer besser kennenzulernen was liebe ich wann fühle ich mich wohl wann fällt es mir leicht oder schwer ein ziel zu erreichen dann stehe ich mir im weg was gibt mir energie und wann bin ich in balance und oftmals liegen diese motive oder die bedürfnisse im verborgenen du du bist dir weniger oder überhaupt nicht klar was dich antreibt und die befriedigung schenkt manchmal kann das ist dir das offensichtlich aber manche sachen sind im verborgenen und ich habe 2014 zum ersten mal das reis motivation profile oder ich nenne es jetzt in der folge reis profil kennengelernt das reis profil bietet ein wissenschaftlich fundiertes instrument der persönlichkeitspsychologie um die eigenen bedürfnisse sicht und nutzbar zu machen und steven reese nachdem das benannt ist der begründer des dieses profils ein wissenschaftlicher ein amerikanischer wissenschaftler und der hat sich auf den weg gemacht nachdem er an einer schweren krankheit erkrankt das übrigens habe ich jetzt vor paar tagen erst erfahren genau an der gleichen krankheit an mit der ich seit 2001 auch ausgestattet bin aber genau als er die diagnose bekommen hat hat er sich gefragt okay was motiviert eigentlich einen menschen intrinsisch ja und dann in einem längeren prozess hat er 16 lebensmotive erarbeitet und das ganze wissenschaftlich belegt und validiert und diese diese in dem prozess oder mit diesem mit diesem tool kann man die ausprägung in jedem einzelnen der 16 lebensmotive sichtbar machen und was was können so motive oder bedürfnisse sein beispielsweise anerkennung das bedürfnis nach anerkennung oder wie wichtig es mir macht zu haben bedürfnis nach familie das bedürfnis nach status das bedürfnis nach neugier das bedürfnis nach beziehung es gibt 16 bedürfnisse und ja und und mit mithilfe des profils kann man kann man sich die eigene ausprägung sichtbar machen und ganz ganz wichtig es gibt kein gutes oder schlechtes profil es gibt nur ein ein ja validiertes bild der eigenen ausprägung und das kann man unfassbar gut im berufs und familienleben nutzen und ja wie gesagt mit dem mit dem reichsprofil lässt sich eben herausfinden was einen menschen in balance bringt und ihm energie verleiht und ich möchte euch an der stelle mal zeigen wie das bei mir aussahen welchen drei lebensbereichen oder phasen meines lebens hat mir dieses tool total geholfen und zwar 2014 das erste mal bin ich damit in berührung gekommen als genau ein bekannter von kai und mir der per arne böttcher uns darauf aufmerksam gemacht hat dass er das gemacht hat und haben meinen mitgründer kai klemin und ich jeweils auch so ein profil erstellen lassen und dann unsere profile übereinander gelegt und in dem zusammenhang haben wir uns ja zum einen selber erstmal nochmal besser kennengelernt wir haben uns gegenseitig nochmal besser kennengelernt und wir haben festgestellt okay wann in welchen momenten fühlt sich der andere wohler oder oder unwohler also zum beispiel bei mir so der fall bei mir ist das ich habe nicht so ein hohes bedürfnis nach macht und und kai hatte das eben dann höheres oder hat ein höheres bedürfnis nach macht und das war ein punkt wo wir dann gesagt haben okay es ist besser wenn kai beispielsweise in die preisverhandlungen geht weil er da einfach stärker ist ich gebe da eher früher nach oder wir haben festgestellt okay wer ist besser bei mitarbeiter gesprächen wer fühlt sich da wohler wer kann dann mehr oder anders auf die die mitarbeiter eingehen und wir haben auch festgestellt dass wir beide einen blinden fleck haben weil uns beiden wir haben kein kein hohes bedürfnis nach den motiven sparen oder und ordnung ja das sind da haben wir einfach gar keine neigung dazu wissen eher großzügig und und er ja unordentlich und das natürlich nicht ideal wenn man zusammen unternehmen leitet vor allem wenn es ums thema geld und finanzen geht und haben wir gesagt okay wir haben da einen blinden fleck und wir brauchen jemanden der das thema finanzen im blick hält dann ein paar jahre später haben wir dann in einem team auch das profil gemacht und wir haben da festgestellt wer beispielsweise das thema anerkennung hoch hat kai und ich wir hatten sind anerkennung niedrig uns ist das thema anerkennung gar nicht so wichtig aber es gibt natürlich menschen im team denen ist anerkennung total wichtig und da ist dann auch total wichtig dass wir dass man das dann immer sieht und darauf dann eingeht und ganz interessant war auch dass das eine person im team eine ganz hohe ziel und zweck orientierung hat also das ist für die die person total wichtig wofür und wozu man sie die aufgabe macht und und das war auch dann für uns total total wichtig zu verstehen dass das dass wir nicht nur die aufgabe immer übergeben sondern auch ganz klar kommunizieren okay was ist eigentlich das ziel was ist der eigentliche zweck dieser aufgabe und dann hat sich die person dann viel motivierter gefühlt und konnte an den themen arbeiten und es ist auch so in meiner neuen unternehmung bei mindset movers bekommen alle im team das profil von mir geschenkt und ich wir werden es auch übereinander legen und uns besser kennenlernen und ja uns ja besser zu verstehen wissen genau und das dritte thema was für mich auch total relevant war natürlich in der partnerschaft ja möchte ich auch ein kleines beispiel geben und zwar ist bei mir neugier ganz hoch ausgeprägt und bei meiner frau ist dies ist eher pragmatisch und deswegen neugier geringer ausgeprägt und dazu ist sie noch sehr ziel und zweck orientiert und ich überhaupt nicht und häufig war das so wie ihr vielleicht wisst ich stehe früh auf und bin dann schon bevor ich die familie das erste mal sehe im büro und arbeite was oder mache mir gedanken über irgendwas und habe dann irgendwelche neuen ideen kommen dann an den frühstückstisch und sagt simone ich habe deine idee und die sieht so und so aus und 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 lass das einfach so im raum stehen weil ich einfach mit ihr die idee weiterspielen wollte aber für jemanden der pragmatisch ist und auch noch wissen will wofür das eigentlich alles gut ist dem den den hat der der kann damit nicht gar nichts anfangen und da haben wir habe ich gelernt okay da dass ich sie da total oft damit überfahren habe mit der art einfach so mit ihr ideen spinnen zu wollen und und es war total für mich auch augenöffnend und damit jetzt weiß ich okay wenn ich meine ideen anbringen möchte dann vielleicht zu einem anderen zeitpunkt und wenn ich die dann einfach schon viel viel weiter durchdacht habe und eigentlich auch klar ist was das ziel und das der zweck der idee sein könnte weil es oftmals am anfang eine idee noch gar nicht klar genau also auch in dem lebensbereich hat mir das total viel gebracht und ich habe ja gesagt jürgen klopp nutzt die methode und auch der titel des podcasts hat jürgen klopp im namen und jürgen klopp war einer der ersten der diese methode auf den fußball übertragen hat und er hat das in seiner zeit bei dortmund und bei mainz eingesetzt jetzt bei liverpool weiß ich gar nicht ob er das macht aber wie gesagt bei dortmund und mainz hat das hundertprozentig gemacht und hat dann erst mal angefangen das in einem selbstversuch zu machen zu seiner mainzer zeit und hat festgestellt das profil ist zu 98 prozent jürgen klopp und das war auch dann grund genug für ihn auch die spieler das profil ausfüllen zu lassen und dabei hat er zum beispiel festgestellt dass er und dass das ganz ganz viele spielern ganz hohen wert ein ganz hohes bedürfnis nach familie hat er oder nach familie haben und dann daraufhin liest jürgen klopp zum beispiel in mainz am bruchweg eine kinderbetreuung einrichten ja die es den spielerfrauen ermöglicht ihren männern beim kicken zuzuschauen ja und und das das ist natürlich total hilfreich ja wenn wenn das bedürfnis dann befriedigt wird das genauso auch ich weiß jetzt nicht ob jürgen klopp das in der ansprache gemacht hat aber mal angenommen man weiß von einem mitspieler der dem ist anerkennung gar nicht wichtig ja wenn ich jetzt zudem sagt pass mal auf liebe spieler ist schauen zehn millionen menschen zu und deswegen spiel gut ja dann dann juckt ihnen das gar nicht weil ihm die anerkennung der zehn millionen gar nicht wichtig ist aber wenn man zu ihm sagt hey pass mal auf deine oma aus mexiko sitzt dort im stadion dann ist wenn er bedürfnis nach familie hat vielleicht spontiert ist viel viel mehr an und 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 es ist ja es ist viel leichter für ihn höchstleistung abzurufen also wie ich gesagt habe dieses tool ist total genial als sich besser zu verstehen und auch andere zu verstehen und ich möchte noch mal zusammenfassen es ist ein unglaubliches tool das mich in vielen lebenslagen bereichert hat meine ziele leichter zu erreichen meine kommunikation mit den mir nahen menschen zu verbessern und ich habe mich weil ich so begeistert war von dem tool in der zwischenzeit auch als reason motivation profile masters weiß das zertifizieren lassen also ich ich kann an mit anderen das das profil erstellen beziehungsweise durchsprechen und möchte natürlich jedem anbieten der der bock darauf hat dass sich dafür interessiert für sich alleine im gründerteam oder einem größeren team oder aber auch in der partnerschaft das ganze zu machen sich gerne bei mir zu melden einfach eine e mail an jörg at mindsetmovers.de und dann sprechen wir mal drüber wie und ob das für dich sinn macht und ich habe ja gesagt am anfang ich habe einen kleinen schmankerl für euch und ich habe mir was überlegt und zwar also das natürlich ein win-win an der stelle und zwar möchte ich würde ich mich total freuen wenn 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 mein podcast auf itunes mehr rezensionen hätte mehr bewertungen hätte und von daher möchte ich unter allen die mir und familie mensch dem podcast eine rezension schreiben auf itunes und allen möchte ich zwei kostenlose reis profile oder reis motivation profiles anbieten was ihr dazu tun müsst einfach bei itunes familien mensch rezensieren also eine bewertung zum podcast schreiben mir ein screenshot schicken an jörg at mindsetmovers.de und vielleicht bist du dann einer der glücklichen einer der beiden glücklichen mit den wir bald ja oder mit dem ich das das profil durch spreche also das heißt du würdest dann füllt 128 fragen aus und dann würden wir gemeinsam mal in 90 minuten das profil sprechen und du kriegst dann natürlich auch ein umfassendes dokument wo du das dann alles in ruhe dann auch im einschluss durchlesen kannst also wenn du da bock drauf hast gerne rezensieren wer bock darauf hat es alleine oder im team zu machen gerne info an jörg at mindsetmovers.de ich freue mich von euch zu hören an dem sinne vielen vielen dank fürs zuhören alles liebe und gute für den tag genießt den tag macht das beste draus und ganz ganz viel spaß dabei